Nächstes Match, ich brauche eine junge Dame, treten nach vorne bitte aus jedem Topf einen Zettel. Okay, nice, Men in Black gegen KBA, Men in Black, KBA, Schere, Stein, Papier, Jungs. Okay, Men in Black fängt an, hört ganz genau zu. Ihr entscheidet, wer in die nächste Runde einzieht. Zwei Minuten, vier Takte, Schlagabtausch. Auf ein Beat von Jackua, let's go, alle Hände gehen hoch. Alle, push die Jungs! Ja! 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 Da warst du denn schon, ich weiß nicht was das ist Aber seit wann rappt der Hurensohn Ja, Dicka, weg mit dir Keiner hat dich vermisst, wann ich bin Jetzt das Tier Dicka, ich bin einfach geil Und immer wieder, Dicka, hast du den gleichen Style Man im Black ist so wack Dicka, richtig schlecht Dicka, sag mein Check Ich glaube, jemand müsste dich mal erziehen Läuft gerade nicht so gut, cheer zurück in mein Team Dann machen wir ihn wieder Zu Zweitplatz, scheißegal, Dicka Du bist doch ein Spaß Wenn du willst, gebe ich dir alles, was du brauchst Skills, Technik oder eine Frau Ist okay, Dicka Alles kein Problem Keiner will dich sehen Vorbei, Jungs! Lasst mal was hören, München! Gebt euch Respekt! Man im Black, KBA Das klären wir alles nachher Gebt mir schon mal die Mics Kommen wir Zur Abstimmung Angefangen hat Man im Black Wenn ihr sagt, er gehört in die nächste Runde Dann bitte Hände, München! Und auch gerne Lärm! Wenn ihr sagt, KBA war stärker Dann bitte Hände und Lärm, München! Okay, jetzt passt mal auf Folgendes funktioniert nicht Jeder von euch ist Teil der Jury Das heißt, jeder von euch entscheidet sich für einen MC Denn man findet immer einen besser oder schlechter als den anderen Ich möchte nicht sehen, dass die Hände unten bleiben Weil nachher wird sich dann wieder beschwert Irgendwie, was ist hier mit der Entscheidung und so Jeder von euch entscheidet sich für einen MC Herzlich Willkommen in der nächsten Runde Man in Black Runde Was istürk? Beide At Untertitelung des ZDF, 2020